Seiten, die die Welt nicht braucht. Meine Aufgabe ist die schlechtesten Seiten zu finden. Internet. Ein Universum voller Überraschung. Herzlich Willkommen in eine neue Folge, die die Seiten, die die Welt nicht braucht. Heute habe ich für euch eine neue Seite, die wie letztes Mal sehr nutzlos ist. Ich zeig sofort. Die Seite heißt darkartthebest.com. Schau mir das an, was passiert. Ich glaube einfach nicht. Enten. Enten. Links. Rechts. Wenn ich mich mit der Maus bewege. Nur enten. Ne. Da. Ne. Also auch meine vierjährige Tochter findet diese Seite langweilig. Ne. Jetzt. Jetzt Schluss. Oh. Ich wollte die Seite nur schliessen. Nicht schiessen. Ops. Egal. Jetzt. 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 Jetzt.